Seit der Gründung vor 40 Jahren setzt sich die UBV als unabhängige Bürgervereinigung für Landsberg ein. Wir stehen für Bürgerbeteiligung, unabhängige Entscheidung und Transparenz. Und jeder fünfte Landsberger hat deshalb bei der letzten Wahl der UBV seine Stimme gegeben. Über zwölf Jahre hinweg konnte ich als gewählter Oberbürgermeister mit der UBV diese Grundsätze zum Wohle der Stadt Landsberg in die Tat umsetzen. Uns liegt der persönliche Kontakt mit den Menschen am Herzen. Wir informieren sie, wir reden mit ihnen und wir hören ihnen zu. Und dann setzen wir uns für ihre Interessen im Stadtrat ein. Entscheidungen müssen transparent, sachlich begründet und nachvollziehbar sein. Denn auf die UBV kann man sich verlassen. Wir sind kritische Landsberger Bürger, weil uns das Wohl der Stadt am Herzen legt. Dies gilt es zu erhalten und voranzutreiben. Unsere große Stärke ist die Unabhängigkeit von politischen Programmen, die nicht auf Landsberger Bürger zugeschnitten sein können. Wir kommen aus Landsberg. Wir setzen unsere vollste Kompetenz für Landsberger Belange ein, wie zum Beispiel den örtlichen Wohnungsbau. Wir lassen unseren Worten auch Taten folgen. Gegründet 1977 aus Protest gegen die geplante Ansiedlung einer großen Chemiefabrik in Landsberg, die die Umwelt stark geschädigt hätte, haben wir stattdessen gefordert, mittelständischen Unternehmen in Landsberg eine Zukunft zu bieten. Die Anfänge unseres heutigen Gewerbe- und Industriegebiets. Zukunftsfähige Arbeitsplätze in einer lebenswerten Stadt mit hoher Lebensqualität. Dafür werden wir uns auch in Zukunft einsetzen. Es ist mir wichtig, in der UBV zu sein, weil Machtkontrolle braucht, sonst wird sie missbraucht. Und dafür braucht man engagierte, freidenkende, unabhängige Bürger, die sich im Sinne Landsbergs fürs Allgemeinwohl engagieren. Ich habe die UBV mit Schilling und Eschner gegründet. Das war damals eine harte Zeit. Aber Landsberg wäre nicht Landsberg geblieben, wenn es die UBV nicht gegeben hätte. Ich danke und wünsche der UBV alles Gute. Ich bin bei der UBV. Ich liebe die Altstadt. Ich komme aus Landsberg und ich möchte, dass sie so erhalten bleiben wird. Ich bin in der UBV, weil Landsberg meine Heimatstadt ist, wir unbedingt ein intelligentes Verkehrskonzept benötigen und an bezahlbaren Parkplätzen arbeiten müssen. Weil ich mir einen respektvollen Umgang mit historischen Gebäuden wünsche und dazu bringe ich mein Geschichtswissen mit ein. Weil ich auch noch in fünf Jahren gerne in unseren kleinen Läden in der Altstadt einkaufen gehen möchte. Gerade unsere kleinen Geschäfte machen diese Altstadt so liebenswert. Ich bin schon lange bei der UBV, weil mir das ehrenamtliche Engagement und der Zusammenhalt in unserer Stadt sehr wichtig sind. Unsere Stadt verdient das Engagement unabhängiger Bürgerinnen und Bürger, ihres und meines. Denn für Politik von der Stange ist unsere Stadt einfach viel zu schön. Politik heißt für uns und für mich Interesse zeigen, kritisch nachzufragen und sich einzumischen und die Persönlichkeit zu sein. Untertitelung Untertitelung des ZDF, 2020